Ja, Ronka, du hast deine Kajüte bezogen, hast dich wohl irgendwie auf dieses Schiff gemogelt und der kleine Gräum gab dir dann eine Kajüte bei einem Nostrianer namens Kalfater, der dich dann aber auch relativ schnell angenervt hat und auch wenn du Landgang hattest in Kunjom, hast du dann relativ schnell das Weite gesucht, er hat irgendwas von seinem Deichbauernhof erzählt, von der Suche nach einer Hexe und von einem Torwalerüberfall, immer dann mit seinem harten Akzent, der dich relativ schnell genervt hat, er wollte dir irgendwas übers Skifahren, nicht ganz, aber er wollte irgendwelche Holzstöcke an die Beine binden, damit man dann besser über Sumpf laufen könnte und versucht dann da irgendwelche Weisheiten auszutauschen mit dir, wo du ja selber Bestienjäger bist, so dass du dann irgendwann doch die Kajüte wieder verlassen hast, auch wenn ihr jetzt gerade wieder ausgelaufen seid und so stierst du dann eben auf die hohe See, wenn du dann das Land siehst, Kunjom, wie du verlassen hast, lange warst du nicht hier und ja, bei dem Himmel, der sich dann doch zugezogen hat, es ist dunkel geworden, die Sonne ist langsam untergegangen, die letzten Lichter von Kunjom verlöschen, da stierst du so ein bisschen gelangweilt auf die offene See, die zur Zeit tatsächlich grünlich schimmert, sie ist nicht mehr so milchig-weiß, sondern leicht grünlich, hat also mal wieder ihre Farbe verändert, hier kommt zwar ein bisschen besser voran, aber ja, so kannst du dann in der Abendluft stehen und nach draußen stieren. Ja, Ponga schaut sich ein wenig auf dem Schiff um, genießt die frische Seeluft, ist ja schließlich kein Seefahrer der Gute und die Tage, die er auf dem Schiff verbracht hat, sind wohl bisher nur wenige gewesen, aber er fühlt sich wohl, vor allem, da man hier auf der Hängematte schläft. Und vielleicht wird er sich auf dem Schiff auch ein bisschen mit dem guten Seljion angefreundet haben, denn das ist ein Mann, der nach Pongas Geschmack ist. Ja, der steht auch gerade neben dir, hat sich wohl irgendwie nach oben verkrümmelt, hat dann auch gerade neben dir an der Reling so eine Teekanne abgestellt mit heißem Tee und aus seiner dreckigen, fleckigen Schürze holt er dann so einen kleinen Flachmann hervor. So ein kleines Hühnchen sitzt auf seiner Schulter, das sich so ein bisschen bösartig anstarrt und so teilt er dann erstmal den Flachmann mit dir. Ronga holt ebenfalls einen Flachmann raus und wo Seljion bereits einen Schluck in den Tee gepackt hat, macht Ronga dann ebenfalls nochmal einen Schluck in beide Tee und nickt ihm zu. Ich freue mich schon auf den Hagenkampf, mir versprochen hast. Ja, wir haben schöne Tiere eingeladen, das wird schon, hey kack, gerade wieder ein bisschen neues Geld reinbekommen. Wenn wir durch See fahren, kann man nur gut wecken und wetten und ich dachte dabei, der Travigor bezahlt. Den Travigor kenne ich nicht, aber wir haben jetzt ein paar Mannschaftsmitglieder verloren, das war gar nicht so gut, aber auch die Altmatrosen kriegen auch gar nicht so viel Geld, so schlimm war das jetzt nicht, aber naja. Zumindest, ich hoffe ja immer, dass wir neue Mitglieder kennen, weil gegen Elchikoron weckt halt einfach niemand mehr. Wir müssen mittlerweile Dreierwetten machen, also drei verschiedene Hühnchen, die dann gegen Elchikoron in den Ring steigen. Oh, drei Hühnchen gegen eins? Da weiß ich wohl, auf was ich wetten werde. Dieses eine Hühnchen hat keine Chance. Ha, naja, wenn du Elchikoron erstmal erlebst. Wir wollen mir noch einen Endurium-Schnabel verpassen und so Haikralen dran basteln. Mal gucken. In was? Ach, aber träumen kann man ja immer. Aber hey, du bist nicht mehr da neu an Bord. Wir haben neun Zwergen hier. Hast du schon gehört? Kannst du laut über den Läster, wie du willst, der hört eh nix. Ja, ja, das habe ich schon gehört von den Seemännern. Die murren irgendwie was über Zwerge an Bord. Ja, ich meine, den Voltax, den Fettsack, den hatten wir sowieso schon an Bord. Aber jetzt haben wir noch einen neuen dabei. Der neue Geschützmeister. Die Isabel, die sitzt ja immer die ganze Zeit neben uns, neben der Kabüse. Ich habe mal die Tür offen stehen gesehen. Die streichelt immer über ihre Kugeln drüber. Und damit meine ich nicht ihre beiden Titten, Mann. Die sitzt da und hat dann da irgendwelche Brandkugeln in ihrem Schoß und streichelt die. Ey, die ist verrückt, Mann. Verrückter sagst du also. Ja. Man hat Diebe man hier die Geschütze. Ja, jetzt wohl nicht mehr. Jetzt ist wohl der Zwerg dran. Aber der ist genauso bekloppt, weil der kann nicht hören. Was für ein Nazi, weißt du? Wer stellt denn... Du stellst auch keinen Koch ein, der keine Hände mehr hat, Mann. Ich meine, dann kann man zumindest keine Zehennägel mehr ins Essen schneiden. Nee. Die Geschütze, Leute, die müssen doch alle irgendwie was mit den Ohren haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, die ganze Zeit vor den knallenden Rotzen zu stehen. Ja, wahrscheinlich hat er deswegen auch 1 zu 4 abbekommen. Keine Ahnung. Standst du dich dabei oder irgendwas ist explodiert? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Aber kannst du ja trotzdem nicht sagen. Nur weil ich ständig einen Hackeball in der Hand habe, hacke ich mir irgendwie zwei Finger ab. Na gut, das ist auch schon passiert. So habe ich wieder ran dehnen lassen, aber zumindest nicht die ganze Hand, Mann. Und die anderen, da hatte der Elche Goron reingehackt. Das ist nicht so wild. Oh, einen der Finger hättest du ruhig ablassen können. Hättest du sicher viel Respekt von Rafim bekommen. Nee, Mann. Nur weil ich einen Finger, nur weil ein Finger fehlt, ist man doch nicht automatisch Korke weiter. Ja, nein. Nein, ich dachte, dass du... Ja, gut. Den Ingram Geweihte und manchen Zwergen fehlt auch ein Finger. Stimmt, du hast recht. Den Okor Geweihten fehlt ein Finger. Ja. Na ja, na ja, na ja. Würfel mal aufs Sinne Schärfe. Äh, hast du Sicht im Dunkeln oder sowas? Nein, hab ich nicht. Hast du nicht. Dämmerungssichtig oder dergleichen. Genau sowas. Zünne Schärfe. Ja, und während ihr euch da so unterhaltet, in die Nacht stiert, beziehungsweise die grüne Oberfläche, da kannst du wohl erkennen, wie sich ein Schatten unter der Oberfläche bewegt. Und das sind mehrere. Ungefähr, du würdest sagen, 50 Meter vom Schiff entfernt. Parallel zu euch. Stellt schon. Siehst du das da drüben? Stellt ich mir das nur ein, oder ist da was im Wasser? Bac Bac? Ne, Mann, ich kann da nichts erkennen, aber Chico rundert, da wurde er es entdeckt. Bac Bac? Hilda, Mama, die Augen. Kneift die Augen zusammen. Sag mir mein Gefahreninstinkt irgendetwas. Ähm, würfel mal auf Gefahreninstinkt. Ähm. Du hast das Gefühl, das könnte zu einer Gefahr werden. Es ist noch keine, aber es könnte eine sein. Und wenn du genauer hinschaust, so ein bisschen die Augen zusammenkneifst und nochmal einen Schluck nimmst, du kannst wohl erkennen, das sieht aus wie Leute, die unter Wasser sich bewegen, aber nicht schwimmend, sondern, ja, reitend. Was zum... Hey. Es zählt schon, wer hat hier das Sagen? Wer ist der Offizier? Ich glaube, wir müssen die Leute zusammentrommeln. Da sind Leute im Wasser. Wollen wir ein bisschen Alkohol reinkippen? Nee. Nein, Mann, ist das ernst? Wir müssen irgendwie Alarm schlagen oder so. Ja, dann musst du zum Deckoffizier gehen. Oder zu Havulgard oder so. Ja, Havulgard. Das wohl. Hallo, Gott, verdammt nochmal. Da ist was im Wasser. Irgendwelche Heizer unter Wasser. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Das könnte gefährlich werden. Lass mich mal sehen, Junge. Dann tritt sie an dich heran, an die Redling. Riecht mal so ein bisschen an dir. Und verzieht so ein bisschen verächtlich das Gesicht. Steht dann ins Wasser. Du hast recht, bei Swafnir. Das wohl. Das sind Hai-Reiter. Hai? Heizer? Gefechtsrollen einnehm! Alle Mann an Deck! Ja, und dann könnt ihr auch eine Glocke hören. Und das hören dann selbstverständlich dann noch die Offiziere im Kapitänsdeck. Oje, hört ihr das? Oh nein. Havul, ich war gerade so spannend. Aber wir wirst du erklären. Aber ich muss jetzt leider los. Immerhin spannend wird. Ja, lass uns rausfinden, was los ist. Na gut. Hoffe, es brennt nicht wieder was. Ja, mit diesen Worten würde ich durch beide Türen stürmen und den Erstbesten, der mich anschaut, bricht. Da sind Hai-Reiter, mein Herr. Havulgat hat wohl mehr Informationen. Da, dort unten bei diesem Ronga. Ja, dann renne ich auch, wo immer der Mann hingezeigt hat, den... Havulgat, was ist im Wasser? Hai-Reiter. Herr Ronga hatte sie eben gerade entdeckt. Gutes Auge, der Kleine. Na ja, so klein ist er nicht, aber gut. Kleiner als ich auf alle Fälle. Gute Arbeit, Ronga. Sie bewegen sich parallel zu uns. Sie haben auch noch nichts getan, aber wir sollten die Borons Augen auf alle Fälle bereit machen. Die warten schon. Merkwürdig. Meint ihr, das sind irgendwelche Leute von diesen Pallygarn? Von diesen Halbteichen? Möglicherweise. Hier drüben ist übrigens nichts zu sehen. Bin auf der Anse, da vom Schiff. Naja, lass mich doch mal schauen. Seht man die? Ist immer noch im Wasser? Äh, ja, die Schatten sind noch zu sehen. Sie bewegen sich genauso schnell wie euer Schiff und... ...parallel zu euch. Noch unter Wasser. Ähm, kann ich einschätzen, wie viele das sind? Ähm, nicht mehr als 10. Also es ist schwierig, das einzuschätzen, aber nicht mehr als 10. Also eigentlich für euer Schiff nicht so eine große Gefahr. Zumindest wenn es dabei bleibt. Und wenn sie nichts anderes dabei haben. Passt auf, dass sie keine Löcher in unser Schiff bohren. Aber wieso habt ihr denn so viele Kanonen auf dem Schiff? Wir grüßen ihn doch mit dem Feuerregen. Nein, die sind unter Wasser. Das ist euch aufgefallen. Ja, und Eisenkugeln sinken die nicht? Naja, die verlieren schon relativ viel von ihrer Schlagkraft. Ähm, schaut mal, ob ihr irgendwelche Wappen oder so erkennt. Ich möchte mal schauen, ob ich irgendwelche Wappen an Highreitern erkenne. Ähm, nee, Wappen nicht. Aber du siehst wohl, wie jetzt nach und nach eine weiße Hose nach oben gehalten wird. Eine Hose oder eine Hose? Eine Hose, eine weiße Hose. Ist das das Äquivalent zu einer Zarflage? Was meint ihr? Ich habe keine Ahnung. Naja, das wurde bei den Söldnern früher schon oft so gemacht. Weil wenn die Zarflage mal verloren gegangen ist, die ist ja schon schwierig, da wieder eine zu bekommen. Wäre die so bunt. Und dann habt ihr eure dreckige Unterwäsche an deinen Fahnenmask gehängt? Naja, nicht die meine von dem, der am schwächsten ist. Also, bei uns wär's dann deine. Aber mir, außerdem, wie kann man besser Unterwerfpunkt signalisieren, als wenn man seine Unterwäsche präsentiert? Nun, wir würden viele Sachen einfallen, aber... Du stehst sprichwörtlich mit heruntergelassener Hose da. Ich würde mal... Ähm, habe ich das Gefühl, dass die mich auch sehen könnten? Vermutlich ja. Ja, ja, ja. Die sehen dich höchstwahrscheinlich. Zumindest auch schon. Dann würde ich mal versuchen, auf Attack zu signalisieren. Aufgeben, Fragezeichen. Verhandeln, Fragezeichen. Ich würde mal auf Marisch rufen. Was wollt ihr? War Marisch nicht nur unter Wasser? Ich würde... Ich würde das gleiche auf Risso machen. Ach, nee, Risso war für unter Wasser. Aber das kann man ja halt wirklich nicht nur unter Wasser sprechen. Ja, richtig. Deshalb. Thunomin wendet sich dabei an Dronga und meint, ich würde mich auf jeden Fall unwohl fühlen, einen Erstschlag zu führen, solange die Situation so unklar ist. Kann ich auch nachverstehen. Schließlich sind wir auf einem Schiff und es sind nur einzelne Haie. Was sollen die uns schon? Ja, und dann könnt ihr sehen, wie sie jetzt mittlerweile aus der Wasseroberfläche nach oben tauchen und ihr prächtig seht, wie dort, ja, Ifhörns Haie wohl gebunden sind. Teilweise mit irgendwelchen Ketten und Haken, die da reingeschlagen worden sind. Teilweise nur irgendwelche Sättel. Und verschiedenste Kreaturen. Von menschenähnlich bis zu krötenartige Wesen. Ihr könnt auch einen Risso erkennen, der auf einem der Haie sitzt. Sieht nicht ganz glücklich aus. Eher unfreiwillig. Aber einer von denen schwenkt wohl so eine Art Hut, den er gerade von seinem Kopf zieht. Und blickt euch mit seinem einen verbliebenen Auge an. Schreibt da wohl irgendwas rüber zu quaken. Rissual oder was? Das ist eine, ja, so würde es sich anhören, wenn man Rissual über der Oberfläche spricht. Okay, kann ich. Also seine Funktionen sind einfach nicht dafür ausgelegt, weil mit einer Lunge sprichst du über Wasser. Und wenn du eben unter Wasser sprichst, brauchst du deine Lunge so nicht. Kann ich verstehen, was er sagt, da ich ein Rissual habe. Oder was er zumindest ausdrücken möchte. Verhandlung. Okay. Er scheint tatsächlich verhandeln zu wollen. Parley. Wie zarr. Aber, nun gut. Nun, äh, ich signalisiere ihm, dass er herankommen soll. Ja. Soll ich die Segel aus dem Wind nehmen lassen? Ja, das wird den Verhandlungen vermutlich zuträglich sein. Also gut. Halte die Rollen bei. Wir nehmen trotzdem die Segel aus dem Wind. Ja, und nach zwei, drei Minuten könnt ihr dann mit der restlichen Knotengeschwindigkeit auslaufen. Und kommt dann mitten auf dem blutigen See zur Ruhe. Ich schicke mal noch Leute auf die andere Seite, da wo Abel mir geguckt hat. Nur sicherheitshalber, dass sie nicht das als Ablenkung nutzen, um irgendwas auf der anderen Seite zu machen. Ja, die, ähm, Borons Augen sind da auch relativ, ähm, auf Zack und werden da auch, äh, sowohl die Hai-Reiter anvisieren mit mehreren Leuten, als dann eben auch auf die anderen Seite gucken. Ich schlage vor, dass wir ein Beiboot herablassen und ich meinen Kopf ins Wasser strecke, sodass, äh, die Sprachbarriere überbrückt ist. Dann könnt ihr euch an Bord kommen einfach. Naja, aber wir verstehen ihn ja kaum. Der Rissot, ähm, dem wird wohl, ihr könnt jetzt erkennen, wie der wohl auch auf dem Hai sitzt, aber eine weitere Kette ist wohl verbunden mit demjenigen, der, der Kapitän zu sein scheint, wenn es da Kapitän, Kapitänzringe gäbe. Äh, er zieht so ein bisschen dran und dann könnt ihr den, den Rissot quaken hören auf, äh, Tula Media. Äh, sprecht ihr Rissot? Was sagt er? Ich nicht. Er fragt, ob ihr Rissot sprecht. Ein gebrochen? Besser marisch. Ein wenig. Und ich deute auf, äh, Abelmir. Ich spreche gut Rissot hal. Ein wenig. Und, ja. Ähm, er scheint ja wieder zu übersetzen und, äh, das wohl ins Grakonische. Die Sprache habt ihr bisher noch nicht gemeistert. Ähm, dann wird ihm wieder irgendwas, äh, geantwortet. Er, an der Kette wird gezogen. Ihr sollt runterkommen ins Wasser. Wollt ihr das Risiko eingehen, Boltaz? Ich habe nichts zu befürchten. Sie sind schwach. Schau sie dir an. Nun gut. Dann macht, wie ihr gesagt habt. Lass dein Beiboot zu Wasser lassen. Beiboot zu Wasser lassen! Ja, und nach, äh, zwei Minuten kann Boltax und auch Abelmir, wenn er möchte, oder weitere unten nämlich Beiboot sein. Wenn Ronga nicht aufgefordert ist, kommt er nicht. Ronga kann ich besonders gut schwimmen. Sehe ich das, dass Ronga nicht mitkommen will? Ja, Ronga, komm mal mit, du stehst jetzt hier schon. Ja, dann gehen wir mit, weil ich meine, unsere Schützen decken uns, also, ja. Das kann schon passieren. Braucht ihr mich denn wirklich? Ich bin sicher nicht von einer großen Hilfe. Ich kann von ihr aus Speere werfen. Ich bin mir sicher, du kannst von da unten ausgezeichnet Speere werfen und, ähm, halt jetzt mal meinen Handschuh, ich muss den noch festziehen. Äh, ja, 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 klar, Rafim, für dich doch alles. Ja, wunderbar. Habt ihr Angst vor Wasser, oder was? Was? Nein, Angst habe ich nicht, aber mit dem, ja, wenn ich meine ganzen Sachen mit runternehme und mein Schwert, ich freue mir nicht zu, mit dem Schwert schwimmen zu können. Und es ins Wasser sinken lassen würde ich niemals. Dann hast du es doch hier, am Deck. Dann fühle ich mich nackt. Das ist im Wasser häufiger so. Aber, ich, ich, ich meine, ich, wir haben ja Rafim. Was soll denn schon passieren? Da brauche ich auch keine Waffe. Ja, ja, jetzt steigt du unten in das Boot. Rotboldachs hält seinen Kopf ins Wasser und dann sprechen wir mit den komischen Fischviechern. Ja, und so wird es gemacht. Ja, ihr könnt eure Kopfe nacheinander unter Wasser stecken, auch wenn ihr es nicht versteht. Aber ihr könnt ja versuchen zu lernen und zuzuhören. Vielleicht ergibt sich ja etwas. Der Riss-O-Va wird tatsächlich wohl nur zum Übersetzen, sollte man kein Riss-O-Al sprechen, was ja nicht unbedingt geläufig ist. Aber wenn ihr dann nach unten kommt, dann wird der Krakon ja, ja, die Verhandlungen übernehmen. Ich bin Krakon, ich überbringe Grüße von Arachnor von Scheurina an euch, Mürb heute. Hallo Krakon, richte Arachnor bitte unsere Grüße aus, wenn du ihn wieder siehst. Sprich, wieso hat er dich geschickt? Ich bin Käpt'n Krakon, und dies sind meine Heirreiter von Jalzugott. Er hat mich nicht geschickt. Kein Mürbhaut schickt uns. Aber wir bieten unsere Dienste an. Rotax denkt sich, ist das nicht das gleiche wie Schicken, aber er spricht es nicht aus. Nun, warum seid ihr hier? Welchen Dienst hat er in Anspruch genommen? Wir wollen Dienste in Anspruch nehmen. Reichtum, Anerkennung, Ruhm. Wir lieben die Jagd. Lasst uns Palligan jagen. Mürb heute. Ich zieh meinen Kopf mal wieder nach oben. Also ich nick ihm zu, bedeutet ihm, dass ich das erstmal für die anderen übersetze. Zieh meinen Kopf nach oben. Also, er scheint von Arachnor zu kommen. Auch wenn er das nicht zugeben will, dass er wohl in den Diensten Arachnus steht. Und er möchte Palligan jagen. Niemand hindert ihn daran, aber... Nun gut, mir scheint, wir haben hier gemeinsame Interessen. Äh, was will er dafür? Ich glaube, bezahlt werden, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, haben wir etwas anzubieten als Bezahlung? Hm. Schwierig. Ich frage einmal nach, was sie denn begehren. Ja, kommt wieder unter Wasser. Äh. Nun, wir haben Interesse an diesen Diensten. Wir jagen ebenfalls Dari und Palligan. Doch wie können wir uns eurer Dienste versichern? Was wollt ihr? Wir folgen dem Ruf des Goldes, Mirbhaut. Gold haben wir einiges. Wir nehmen alles. Dafür dienen wir euch und Scholei Rack. Ja, ich ziehe meinen Kopf wieder aus dem Wasser. Äh, ich glaube, sie wollen Gold. Äh, ich glaube, es sind einfache Soldaten. Interessant. Wie sieht das aus, Raphim? Hättest du gerne Heilreiter in unseren Diensten? Wollt ihr meine ehrliche Antwort hören? Ja. Nein. Ich hatte uns, als sie zu uns gekommen, ein ziemlich ungutes Gefühl von denen, als, wer das, als, als bräuchten die noch den richtigen Ausschlag. Vielleicht ist das eine Falle. Dann versuch ihnen zu sagen, Boltax, dass wir auch nicht bezahlt werden und jene, die an unserer Seite kämpfen, dies aus Überzeugung tun. Vielleicht sollten die doch bezahlen. Sie könnten uns hilfreich sein. Naja, wir könnten sie ja bezahlen und zur Rest der Flotte schicken. Ich denke, dass sie exzellente Speer wären, unter anderem. Wir sind sehr schnell, vor allen Dingen. Und sollten wir noch einmal unter Wasser kämpfen müssen. Nun, ihr redet gerade darüber, wie hilflos man sich unter Wasser fühlt. Ja. Das sind alles gute Argumente. Ja, und damit ist sicherlich kein Problem. Fragt doch einmal, wie viel Gold sie haben wollen. Bis sie sprachen von alles. Nein, 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 nein. Aber das ist keine konkrete Menge. So funktioniert das nicht. Man macht ein Angebot. Ähm, was wäre denn ein normaler Söldnervertrag, Raphim? Ich bin ganz ehrlich. Ich vermute, dass hier als Kavallerie eingestellt werden würden. Auch wenn ich noch nie jemanden bezahlt habe, der auf einem Hai reitet. Die Erde sind in der Regel teuer. Ich nehme an, Haie sind auch teuer. Also der normale Söldner, ein Silberkavallerie bestimmt das vier- bis fünffache. Also die reiten nur auf einem Üffernshai, ne? Das Ding ist halt sechs Meter lang. Es ist ein sehr edles Ross. Ein Kaltblüter könnte man fast sagen. Ich vermute irgendwas um eine Dukate, schätze ich, am Tag. Hm. Aber bedenkt, wie lange leben wir alle noch?